Also ich bin ehrlich gesagt super begeistert von dem Kurs. Ich habe mir schon ein Video angeschaut von Umut, aber jetzt so live dabei zu sein ist wirklich, also ich habe viel mitgenommen. Ich weiß, wo ich daran arbeiten muss oder wo ich daran arbeiten kann und also wirklich, ich kann nur empfehlen. Ja, also meine Probleme waren jetzt dieses Selbstvertrauen zu haben. Klar, mit den Übungen, was wir jetzt da gemacht haben, mit den Kollegen, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen genommen. Natürlich fehlt mir noch Übung, aber da muss ich einfach auf diese Regel drauf gehen und ich würde sagen, das schaffe ich. Ich würde auf jeden empfehlen, auf jeden. Also ich würde sogar meiner Frau empfehlen, nicht jetzt das Geschäft, sagen wir mal so, aber das System. Also das System, wie man mit den Kunden umgehen kann und diese Sicherheit, die man lernt mit dem Umut. Also das ist perfekt. Also ein tolles System, wirklich. Ja, ich habe mich entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe erst einmal so ganz normal gesucht nach Gebäudereinigung, dann kam sofort Humut raus. Dann hat mich, muss ich ehrlich sagen, der hat mich sofort mitgenommen, weil er spricht sehr deutlich. Ich verstehe ihn super gut. Ich habe auch andere Videos angeschaut, aber das war nicht diese, diese wie soll ich sagen, diese Filling, also wir zusammen. Also bei Humut war es sofort, wow. Da habe ich auch sofort meiner Frau erzählt, ich verstehe ihn super, also Wahnsinn. Also der hat mich sofort mitgenommen. Und dann habe ich jeden Tag mir die Videos angeschaut und dann sind wir auch irgendwann zusammen in Kontakt genommen und dann habe ich angefangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.